Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Indie hier und herzlich willkommen zu 2 Schwitzer, 1 Controller mit... Kannst du nicht... Mit... Jetzt ist es Vollbild, mit... Exe! Ja, mit meiner Freundin, Leute. Wir zocken heute schön eine Runde Call of Duty. Ihr habt ja die letzten Tage ein bisschen viel Fortnite auf viel Gaming gesehen, kleiner Freestyler am Rande hier. Deshalb dachte ich mal... Oh, scheiße, falsches Overlay. Dachte ich mal, nehmen wir eine Runde wieder 2 Schwitzer, 1 Controller auf. Das habe ich ja vor 2 Monaten oder so mit ihr gebracht, kam auch mega gut bei euch an. Und ich will natürlich auch ein bisschen Abwechslung auf den Kanal bringen, nicht immer nur Fortnite. Deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt rein, Leute. Lasst euch mal jetzt einen Daumen nach oben da. Sie können ja natürlich auch auschecken in der Videobeschreibung, machen nochmal Vollbild, dann gehen wir in ihre Nase. Das ist Spaß. Sorry. Dann würde ich sagen, wir starten rein, Leute. Let's go. Merkel, Kahba. Ja, Kahba. Kennst du Merkel, Kahba? Merkel, Kahba. Kahba. Ja, ne, dein Bart sieht aus wie ein M. Ja. Ist das nur bei mir so, dass ich so ein Super Mario Bart habe? Das ist ein M. Siehst du das? Ja. M. Victory. Barion. Was ist das denn für eine deutsche Schwitzer-Lobby, Alter, Herr Bergholz? Destroyer-Girl, da ist ein Vibe dabei mit 187 im Klantek. Oh, ne. Was? Ekelhaft. So, Leute, wir sind jetzt in der Schwitzer-Lobby drin. Mal gucken, was hier abgehen wird. Wir zwei gegen Schwitzer. Okay, gehen wir rechts rum. Rechts, rechts. Okay, let's go, let's go. Oh, da kommen schon welche. Uff. Oh. Leg auch nüsst du aus dem Skop raus. Hallo, du Skis nur. Okay. Jetzt nicht zu schnell. Komm runter. Zieh. Lauf. Um die Ecke. Links, links. Okay, gerade rechts, links. Okay. Gerade rechts, rechts. Da vorne. Da, zielen, zielen, zielen. Oh, jawohl. Ah, nun, Assists bekommen. Egal, Leute. Wir stehen 1-1. Boah, der eine ist ja richtig am Rasieren da unten. HTC-P, COD-12. Okay, ganz ruhig. Da oben. Ah. Ey. Du darfst nicht so viel laufen. Wenn ich eine visiere, dann musst du stehen bleiben. Das Ding ist, ich bin es gewohnt, mit R1-L1 zu anvisieren. Stopp. Boah, hallo. Okay, okay. Ja, hallo. Rennen. Okay, Leute. Rennen oder still? Okay, der war hier, mach das. Nein. Hm. Okay, Leute. Wir müssen erst mal ein bisschen reinkommen. Ich stehe gerade 2-4. Du weißt, ich kann mich in deinem Koffer rein. Ja, okay. Also, zielen, zielen. Jawohl, sehr gut. Da kommen immer zu viele auf einmal, Leute. Das ist Newtown. Das ist Newtown. Ich weiß, deshalb müssen wir hier aufpassen, wie wir strategisch vorgehen. Da haben wir jemanden. Okay, stopp. Bleibt. Okay. Spring. Laufen. Ich muss springen, laufen. Da, 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 da. Oh, da hättest du zielen müssen, Mensch. Ich hab nicht zielen. Okay, ich lauf, lauf nach vorne. Okay, Leute, komm. Wir müssen dir noch was reißen. Die Runde hat gerade erst angefangen. Okay. Ja, lauf, 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 zielen. Hallo. Ah, hinter uns. Dreh dich um. Oh. Du musst dich umdrehen. Ach ja, ich muss mich umdrehen, Leute. Du musst nur laufen. Da gibst du mir immer viel Sachen, die schulden. Okay, okay, okay. Berück dich. Da, jemand. Ah, neun. Ah, guck mal, wie weit der weg ist. Hallo. Da. Okay, haben wir. Perfekt. Wir dürfen da nicht einfach so reinrushen. Drück dich immer nach vorne. Manchmal auch stehen bleiben. Jetzt gehen wir nach rechts zum Beispiel. Genau. Genau so. Und jetzt gehen wir nach Madonna. Stopp, da ist jemand. Ja, äh, äh, äh. Ja, sehr stark. Komm, sehr stark. Okay, jetzt siehst du, wir müssen nur taktisch hervorgehen. Unter uns, links. Ja, oh, mein Gott. Sehr starker Turn-On. Das war noch ein Turn-On, oder? Ja. Sehr stark. Wir kommen langsam rein. Das ist unsere erste Runde, ne? Wir zeigen euch One-Cut direkt erste Runde. So muss es sein. Da oben. Oh, da war auch. Oh, schade, schade. Habe ich zu früh nachgeladen, Leute? Ja, mein Aim ist gerade auch nicht so das Beste. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie das hier wird. Da, da, stopp, stopp. Sehr stark. Okay, laufen. Aufen. Springen nach vorne. Springen nach vorne. Oh, scheiße. Ich muss ja springen. Oh, Gott. Okay, ja, Nuketown ist echt schwierig, Leute. Muss man sagen. Aber ist eine gute Runde, um sich einzuwärmen, aufzuwärmen. Okay. Ja, da, da. Stopp, 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 stopp. Ah, da bist du einmal aus dem Scope rausgegangen. Das habe ich nicht bekommen. Kein Problem. Drück mal L1 einmal. Den Kampffokus haben, ja. Oh. Weiter, rechts hier ist jemand. Stopp, stopp, stopp. Geh, 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 geh. Der liegt da, der liegt da, der liegt da. Ja, ja. Ja, haben wir, haben wir. Okay. So, jetzt ruhig. Komm runter, hallo. Okay, rechts, rechts. Guck mal rein. Ah, ist zu weit weg. Geh mal rechts, geh nach rechts. Beweg dich. Stopp. Ja, 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 ja. Ja, okay, haben wir. Jetzt hier rechts, rechts. Ah, jetzt würde ich springen müssen. Ja, das ist schwierig mit dem Springen, wenn man... Oh, Mann, ey. Das ist das scheiße. Ich skaff mit X, ey. Der kippt ja so aufs Maul von mir. Ich skaff mit... Zielen. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Ey, in Black Ops 3 ist das echt was anderes, als wenn man das in... Äh, äh... Oh, weiter, weiter. Oh, was für ein Opfer, ne? Dieser scheiß Spawn-Tramper da, ey. Du kleiner Hund, ey, wirklich. Also das ist echt ein Opfer, Leute. So, jetzt zweite Halbzeit, Leute. Jetzt müssen wir uns konzentrieren hier. Wir stehen gerade mit elf Kills im Minus, glaube ich. Das ist nicht so gut. Ey, das sind solche... Ja, wirklich. Ja, hab ich keinen Bock, Alter. Was ist das? Okay, Leute, wir haben jetzt noch mal eine neue Runde gesucht auf Nuketown. Gegen die ein bisschen zu viel auf den Sack. Was machst du? Ah, hast du gewusst, dass der kommt? Du hast Bescheid gewusst, okay. Ey, ich schau auf Minimaps. Okay, okay, wir müssen uns ein bisschen mehr koordinieren. Da, da. Okay, perfekt, weiter. Warte, 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 warte. Dreh mich um, dreh mich um. Wo? Oh, wo? Hallo, wo? Wo? Spring, lauf! Jetzt haben wir aufs Maul bekommen. Ich hab's halt doch L zweimal bitte gedrückt. Ich hab's doch gedrückt. Das war so? Ja, Schatz, aber... Schatz, ich will aufnehmen. Yeah, yeah! So, hat der aufs Maul bekommen, der Designer LA, hä? Ja. Lauf, lauf nach vorne, nach vorne, nach vorne, links, vorne links, links, links. Ja, 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 ja. VMP, Schatz. Aber guck mal, was für Lobbys das sind. Das kann doch nicht sein. Es ist immer so gut. Nein, wenn ich alleine zocke, dann hole ich auch jede fünfte Runde dann gute. So, Leute, neue Runde, neues Glück. Diesmal auf Fringe. Okay, jetzt müssen wir uns mehr konzentrieren. Ja, wir müssen uns mehr Anweisungen geben. Versuch doch ein bisschen auf die Mini... Ich achte immer auf die Mini-Map, okay? Ja, Leute, neben uns. Ja, dann sag mir das doch. Du hast die Kopfe rauf. Ich hör das... Mini-Map. Mini-Map. Ja, ich schau auf die Mini-Map, aber dann wird nicht jeder Gegner angezeigt. So, neue Runde, Leute. Da oben. Halt gedrückt. Sehr schön, sehr schön. So, neue Runde geht los. Neue Runde, neues Glück. Wo sind denn die ganzen Gegner? Feindlicher Hater, das hört sich gar nicht gut an. Ich hasse das, wenn man immer in Lobbys reinkommt. Die Gegner haben Hater, die haben Raps. Alles haben die schon. Das heißt, sie sehen uns gerade auf Millimeterfuß genau, wo wir sind. Ja, guck da. Guck genau das, ey. Das ist hier immer so. Gerade, ey. Ich bin komplett ausgerastet. Bei Nuketown zwei Schwitzer, ein Controller. Ey, das ist so schwierig. Vor allem auch in Black Ops 3 generell, ne. Weil da das Springen und so, das Fliegen. Wir haben das das letzte Mal in World War 2 aufgenommen, Leute. Da war das viel angenehmer, weil man da jetzt halt nicht fliegen musste und so. Und jetzt muss man die ganze Zeit springen. Da oben. Beritt nicht doch mal. Ich habe so veraimt, wie die größte Missgeburt, ne. Boah, nenn mich ab sofort Missgeburt, bitte. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich habe so veraimt, ne, Leute. Ich muss wieder in Black Ops reinkommen. Ich bringe noch mehr. Ja, 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 ja. Komm runter, ey. Okay. So. Weiter, 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 weiter. Okay. Okay, jetzt ziel, ziel, ziel. Ah, den habe ich da. Ah, noch eine, noch eine. Mann, ey. Du darfst den Inscope nicht loslassen. Den Inscope nicht loslassen. Ja, den nicht aus dem Scope gehen. Weißt du, wie ich meine? Du musst Inscope bleiben. Keiner Freestyle am Raps. Okay, stopp. Ja, guck mal. Stopp, ducken, ducken, hinlegen, hinlegen. Aufstehen, aufstehen, links, links. Fliegen, fliegen, fliegen. Oh. Hinlegen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen, geradeaus. Rechts fliegen, 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 springen, springen. Zurück, zurück. Rechts, links. Egal, das war ein guter Ansatz. 4-3, Leute. Wir sind im Plus. Oh, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Jetzt kommen wir nicht. Oh, nein, das ist nicht gut. Springen. Oh, oh. Rennen, rennen, rennen. Geradeaus, geradeaus. Hinlegen, hinlegen. Campen, campen, campen. Hochgehen, da. Ah, scheiße. Ich hab gedacht, der sieht uns nicht. Der hat uns fast nicht gesehen, Leute. Schade, schade. Okay, machen so, bei 50 Kills bist du dann, ja? Dann wechseln wir, wenn wir 50 erreicht haben. 50 Kills? Ja, also, wenn, 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 insgesamt 50, unter links. Wenn es 50, 20 steht. Oh, ich dachte schon, irgendwas 50 Kills ist. Okay, Leute. Wir werden jetzt natürlich nicht die Meisterrunde abliefern, aber wir hatten gerade schon einen krassen Turn-On gehabt. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das war ein geiler Turn-On. Okay, von hinten, von hinten. Ich hab auf die Minimap geachtet. Ich hab auf die Minimap geachtet! Das wird nicht belohnt! Das wird nicht belohnt! Wir sind 6-6. Okay, wir sind noch nicht im Minus. Das heißt, du musst gleich richtig übernehmen, ne? Also, der ganze Druck lastet auf dir gleich. Dass du uns zurück ins Plus bringst und so weiter, ne? Okay. Dann will ich was sehen. Hau da! Ey! Die ganzen, die größten Schwitzer, ne? Mit Handtuch spielen die unterm Arsch. Wirklich. Feindliche Vorräte. Alles kommt. Super. Da. Ey, Schatz. Oh, hat der uns jetzt mit der Pumpgun genommen? Ich wäre ausgeflippt. Von der Seite! Du musst rennen! Mann! Du musst doch rennen! Du musst springen, meine ich. Ach so. Dann sag, spring! Spring oder lauf! Ah, du musst laufen. Ey, scheiße. Stopp, stopp, stopp! Oh, 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 oh. Ey, der hat mich jetzt genommen. Ne, der hat mich genommen. Okay, weiter, weiter. Help needed, help needed. So. Okay, jetzt langsam bei sowas nicht immer direkt reinsprinten. Genau. Genau so. Call of Duty kein Rainbow. Nein, das ist Taktik. Das ist Taktik. Wir müssen ein bisschen taktisch agieren. Jetzt keine Taktik. Digga, da ist eine... Maus in die Wand gelaufen. Hast du das auch gesehen? Ja, wirklich. Ja, aber... Hast du auch gesehen? Ja, ja. Warte, okay. Warte, wir flankieren die jetzt von der Seite. Lauf, 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 lauf! Warum bleibst du stehen? Warum bleibst du stehen? Hallo? Lauf doch! Was machst du da? Einfach nur, um dich abzufacken. Ey, willst du dich abfacken, oder was? Ja, und das passiert dann halt. Dann kommt durch die Camper. Ich kann dich nicht hören. Okay, komm, jetzt tauschen wir. Komm, jetzt will ich was sehen von dir. Jawohl! Oh mein Gott, dieser Turn-on! Das war auch kein Turn-on, oder? Klar! Ja, 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 ja! Es tut mir leid. Hier sehen sie ein hungriges Erntewesen. Er packt sich seine Beute ganz fest, beißt zu, bis die gegenüberliegende Person nicht mehr kann und aufgeben muss. Er beißt immer fester zu. Ende. Ja, Freunde. Leider könnt ihr jetzt gerade im Hintergrund nur das Gameplay und unsere Facecam oben rechts sehen, aber leider nicht unseren Ton, weil wir sind irgendwie während der Aufnahme auf das Kabel gekommen vom Mikrofon und deshalb war am Ende Leider kein Ton gewesen Das war unsere beste Runde Also echt ärgerlich Wir haben wirklich lange aufgenommen Und am Ende auf einmal War der Ton nicht mehr da Aber ich konnte euch immerhin Das Gameplay zusammenschneiden Hab auch ein paar Sachen hier vorgespult Wie ihr es gerade sehen könnt Und ja ich wollte mich auf jeden Fall Schon mal an dieser Stelle verabschieden Von diesem Video Leute zieht euch das auf jeden Fall Noch bis zum Ende rein hier Das war zwei Schwitzer Ein Controller Wer das Format noch nicht gecheckt hat Aber ist eigentlich ganz einfach Einer spielt rechts Einer spielt links Und ja natürlich haben wir uns Ab und zu gestritten im Video Aber Leute ihr wisst ja Auch die Leute unsere Streams schauen Wir vertragen uns danach Immer nach 5 Minuten Das ist meistens eigentlich nur Spaß Also jetzt braucht ihr nicht zu denken Öh die trennen sich bald Oder sonst was Nein im Gegenteil Leute Das bringt uns alles noch näher Weil immer so Wir regen uns auf Und nach 5 Minuten Ist wieder alles gut Und ja Ist einfach alles top zwischen uns Leute Das seht ihr ja auch hoffentlich Wie viel Spaß wir gemeinsam haben Und ja Freunde Damit würde ich sagen War es das an dieser Stelle Von dem Video Lasst einen Daumen nach oben da Und wir sehen uns die Tage Bei den nächsten Videos wieder Fortnite, Call of Duty Und schreibt mal sonst auch noch In die Kommentare Was ihr so für coole Videos Sehen wollt von uns Ich bin ja jetzt hier gerade Wie gesagt im Impact Haus Schreibt es mal in die Kommentare Vielleicht so eine Fracken Rille Peter Special Folge Schauen wir einfach mal Ich bin auf jeden Fall raus Leute Lasst einen Daumen nach oben da Haut rein Und ciao